risiko wir wissen ja 321 untergezählt auch meins sagen können ja wir kommen oder kann das sein so jetzt schwingen muss ja ach so doch warte ist ja relativ einfach einfach nur du lässt ja nur fallen so ich laufe einfach vertrauen kann vielleicht nicht zu schnell laufen wir können auch tauschen was du willst also nach jedem attempt das ist schon krass also klar ist gab es bestimmt auch in diversen spielen schon vorher aber das ist allerdings ein kollektiver gönn dir oh bin ich dumm willst du mal schwingen oder ich sagte zwar schwingen aber ich meinte nicht wörtlich dass du schwingen sollst ja du musst schon zu mir mitkommen sonst schwinge ich ja so genau ja ich mir auch verstehen du kannst ja links nach loslassen weil ich wusste müssen aber meint das ok ja jetzt nicht eingesammelt oder die mese hier wo schwinge ich weil ich will dich da sehen gehen wir nochmal da hin oh Gott ich lasse einfach nur links los du warst so lass mich nochmal ok ich muss selbst auch L-Ticket das wollte ich kurz ausprobieren ok hoppla hoppla oh mein Kopf alter schnallst mich nicht ok ok jetzt habe ich es jetzt habe ich es ich habe L-T gedrückt ah ich bin ja lustig ah ah wie kann das sein ja ich möchte keine Hinsen danke ich mache ganz langsam ok ja langsam und kontinuierlich niemals aufzulocken so perfekt renn dann nicht ok ok scheiße alter gamer da muss ich jetzt halt hier links runter nicht die schräge da ja die schräge da ja das ist halt schon eine heikle Sache vor allem wie brennt eigentlich der gar ein Stück nicht durch stimmt gut ok oder wand hi hey leon hey leon nicht mehr mit wem mit normen mit dem safe deal ähm oh aber im Endeffekt habe ich ja alles sehen mal gesehen ne aber naja dann wenn du den killer ja nicht rettest ne du kannst du ja gar nicht ja ich sage nur der killer damit keiner gespoilert wird hm er macht das spiel trotzdem gut letztens äh von jemandem gestreamt und leider habe ich mitbekommen wie die Person am Ende einfach Fehlentscheidung gemacht ich meine sie hat äh ein gutes Ende erreicht aber nach ein paar dummen Fehlentscheidungen passiert ne wenn man das Spiel nicht kennt ja eben eben ja wobei naja sagen wir trotzdem ich kann dir gleich mal äh nach der Aufnahme wenn ich dran denke was sagen was ich he ui ich bin in die falsche Richtung da unten ist ne ja was ist da unten äh ein Fleischwolf nein die Origami Killer Presse ich hab dich wow ich weiß nicht was passiert ist aber ich hab dich danke man ich lass dich nicht zum Origami Hack werden oder Faden ich hab gelogen haha ui wieso schaff ich das nicht jetzt ja doch schaffst du willst du mir nur meine Bronzemedaille knapp machen die Bronzemedaille heute ist freitag ne heute ist freitag hmmm heute ist freitag ja geil aaaaaaaaah check point check point check point check point naaa ich mach für dich scheiß auf dich ich spiel das Spiel alleine du machst grad wie ich einfach weg war so der Phasen ich muss mir mal Speedrun auf anschauen Speedrun erspiel das noch locker alleine mit zwei Controllern und so ja manche leute einfach aus danke der bühne sind ich habe mich nach ich dachte ich würde zerquetscht werden aber werde ich gar nicht ob wir nicht zerquetscht werden auf jeden fall danke dir habe ich ausquetschen was interpretiert wird zu dieser aussage das hat es hier ja das hätte mich an egal sind doch gekommen fabrik level irgendwie so dass du es jetzt okay so sein auf dem maniere ich habe kopf der gefrierung käse man ich muss mir das mit spieler kaufen also das ist halt schrecklich mario neuesten mario party habe ich dann auch so bock drauf ich habe um die jene wie heißt es noch warte mal warte mal warte mal was hast du gespottet ich dachte weil das auch und so rein fährt aber da können wir nicht wobei doch klar ich kann das kannst du sagst du den jackpot ne danke ich glaube du hast du nicht bekommen glaube ich auch aber wir müssen den beide erreichen wer weiß ja gut dann ist doch sicherlich kein kollektiver es gibt das und sägewerk so alten mann gehofft und der den topical freeze das erinnert mich einfach warum weißt du das eigentlich ich habe das play von du hast gesehen ich auch aber glaube ich nur so weit wie ich selbst mit dem spiel war was ich gerade sagen wollte ich dachte kurz ich gerade ich wäre gelb das ist okay ich verzeihe dir danke wow das war ganz knapp bei mir bis zur unendlichkeit und auch viel weiter dabei habe ich niemals toy story geguckt da wolltest du nicht hin ja Buzz Lightyear ist auch jedes mal gestorben es geht gar nicht da was ich sie quetschen soll das ist aber schönes gameplay auf auf und davon auf auf und davon jetzt ist es ja heikel jetzt wenn es mich noch mehr ich denke die ganze zeit an Donkey Kong bei so einer Passage ich spüre wie unspektakulär das von mir war naja du hast extra unten gewahrt habe ich erst dann realisiert ich dachte warum gamest du nicht mit alter kann ich jemand umlegen jetzt wird hier irgendwas noch zu hacken werden was soll nun fisch was ist witzig das habe ich nicht kommen gesehen irgendwie habe ich mir eingebildet dass mein Zimmer auch irgendwie irgendwas verkokelt riecht 4d gaming ok einfach dann oh Gott oh Gott oh Gott ist das doch für mich anismus gewesen das sah ein bisschen buggy aus ja buggy der Clown aber hatte One Piece Fenster drauf ja ja reicht warum habe ich selbst nur so 12 Folgen One Piece am Stück geguckt als Kind habe ich zwei One Piece geschaut aber halt nur ja was halt random im Fernsehen liebte da habe ich nicht alles mitgekauft wie auch ich meine One Piece gibt es heute noch weiter ne aber ob sie das One Piece irgendwann finden keine Ahnung Clemens hat Audios halt mit dem ganzen Macher und er hat eine Audio von ich habe es vergessen ich habe es vergessen ich habe mir gerade am Sack gekratzt er hatte auch eine Audio von dem deutschen Ruffy Sprecher äh wo er sagt hey Clemens also irgendwie dich könnte ich gut in meiner Crew gebrauchen und so weiter halt hm ja Dokumente Clemens hat ja alle möglichen Voice Actor getroffen warum du nicht Fotos gemacht äh Audios Clemens hat sogar eine Audio äh von Scooby machen lassen äh Scooby Du äh hey pack mal nicht um mit Geburtstagsgrüßen die auch an andere Leute verschicken kann das Einzige was er leider nicht gemacht hat äh es wird halt kein Name genannt das können sie im Blick zu Generic Clemens ich hätte ihm doch sagen können ich soll die von Clemens alles Gute zum Geburtstag wünschen aber nein ja aber nur ich wünsche dir alles Gute zum Geburtstag so nachdem leider naja das tja wir haben eine Chance ne ja true oi 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 mate o naja ich bin gleich da ich kann das alles nicht mehr dann halt so achso achso wie ich so oben bleibe ui ja wie erkläre ich dir das clap hier und ausgeschaltet mal wieder ha ha ok ok 之前 so da ist gestolpert wegen mir allein ich habe kein momentum gehabt dieses so ich kenne es mal rektor macht es auch einfach noch besser er wird vorbei meint so ja ich glaube andere wird zwei ängste vorbereitung schon mal alleine durchgespielt ach so ist das ihr habt ja der part eigentlich auch vorbei oder da gut ist entscheidend das kriegen das hat mich halt auch an doch gekommen das ist für mich auch kein problem aber wir haben halt noch seil so ich muss kurz ich bin dann ich bin dann sicherheit sondern wo du stirbst oder das seil ausgeht die gehen da achte bleiben nicht in den box hängen das ist natürlich gut weil sonst wäre okay ich weiß was ich tun muss ich bin zu doof ich glaube ich klatsch dir um zu ich hab hier los los einfach mal schwingen ok leal willst du mal zugucken also kannst du direkt mitmachen aber du wolltest einfach jetzt immer dagegen habe ich auch gerade gemacht hast du ein bisschen länger gebraucht jetzt ganz auf einmal klien ja ja natürlich die macht natürlich noch ein bisschen lustiger weil die tüten nicht nicht direkt bist du nicht demonstrieren auf uns was machst du doch da unten mensch jetzt bist du der flotte ich wurde gehauen ja 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 Oh, oh, oh. Wer tarzan? Oh, oh, oh. Echt Tartzan, du Leon. Du, nicht lange Haare haben, dich nicht mehr mögen. Ich marfe mich auch selbst nicht mehr. Okay, ist doch auch keine Brunschmitte mehr. Warum...? Komm, eins, zwei, mach die Schalter. Machen die die Dampfdinger dazu, oder nicht? Ja, jetzt auch wieder. Kann man die auch mal backen. Hm. Äh, ich glaube, ah, ja, okay. Ja, okay, ich verstehe. Ähm, einer muss halt hier draufstehen und der andere... Oh, nee, warte mal, das gibt keinen Sinn. Okay. Scheiße, wieder in der Reihenfolge. Bei den unteren brauchst du, ne? Ja, du kannst dich nicht wegbewegen. Das krieg ich hin. Fuck mal live. Nee, die muss man mit X anbinden. Die Reihenfolge meldet halt einfach nur. Aber der lässt sich, glaube ich, nicht in der Reihenfolge raus, ne? Nee, sondern... Ich würde es zuletzt gemacht werden. Also klar, muss man dann für was machen. Du hast die Reihenfolge schon, ne? Ich nehme mich mal kurz zurück. Ja, du kannst ruhig wixeln, ist alles gut. Perfekt. Ich weiß nur nicht, ob du mich jetzt hier... Oh, nee, okay. Hm. Du kommst du hierher? Oh, wir machen... Liebe. Geil. Endlos Spiel durchgespielt. Ne, nicht heute durch. Oh mein Gott, du hast mich gereizt. Mal wieder. Herr Oberth. Mal laufen. Wenn du jetzt festlegen willst... Uhhh... Du hast die Lore immer noch nicht... Ja, keine Ahnung. Tod und Verderben. Ah. Mal pass auf dich, dass wir halbwegs so vorlaufen. Fluchtsequenz. Prost. Danke. Hui. Schmeckt nach Pizza. Boah, ich trau Pizza. Vielleicht meinen Holpster riechen. Wenn du möchtest. Hui. Ich möchte, aber wie schön ist, wir beide zu Hause. Aber wie kann ich das denn tun? Lauf! Okay, es ist kein Verfolgung mehr. Nevermind. Dann nur noch Lauf bitte. Wir sind fast fertig. Der Part ja dann tatsächlich auch. Wieso sind wir so extrem lang? Wir waren am Anfang halt schnell, aber auch dann langsam wegen Collectible Potential. Aber an sich waren wir nicht so langsam. Naja, Level sind halt fortgeschrittener, dauern länger. Ja, aber der Timer sagt ja trotzdem, guck, zwölf Minuten oder so. Ja. Ah, da wird das Wetter bei mir langsam schlechter. Achso, hier muss man wieder... Ah, wieder nachdenken. Der lässt sich auch in der Order los. Das muss man wohl wieder... Du bist einfach klug. Ja gut, also... Das ist jetzt nicht... Danke, danke, danke. Ich sollte es aber rannehmen. Euch sieht man nicht. Nee, ihr seid perfekt versteckt. Ach, seines ist ein Mädchen, ne? Ja. Krass. Ist das immer noch die zwei Kinder aus dem Zimmer am Anfang? Ach, keine Ahnung, ey. Ah, Mann. Wie, wie dankbar. Hey, you. Yes, you. I thought I'd get your attention this way. Tja. Nee, muss man nicht. Kein Stabelgabler für uns. Kein Stabelgabler. Mhm. Gar Stablinski. Gabelstab. Ich weiß nicht. No! Gabelstab, äh. Gabelstab, Gabelstab. Gabelstab, Gabelstab. Was ist da denn passiert? Ich hab Schaltung gespüttet. Dabei war der Bock gehabt. Yeehaa. Die Kinder haben es auch rausgeschafft. Krass. Sind wir die Kinder? Sind wir Kinder? Ich mein... Oh, keine Ahnung. Wie sind die Kinder unsere Eltern? Das stimmt. Meine Güte, Entschuldige. Ja, schon halb neun. Ist gleich Schlafenszeit für mich. Wäre halt das nett, aber gestern lag ich schon halb zwölf, glaube ich, Ben. Ey, unter die Kö... Räder gekommen, nicht Köder geraten. Unter die Räder gekommen. Und Hammerbronze? Das sehen wir gleich erst, aber ich sag nein. Ich auch. Wir müssen ja selbstkritisch sein. Ah, hat das Level jetzt wahrscheinlich ein paar doch gut ausgefüllt, oder? Mhm. Ja, dann. Schatz auf Challenges. Forever. Ne. Ah ja, guck mal hier rechts ist, wenn es das Challenge ist, das nächste Level. Ja, wir haben keine Medaille. 30! Wir haben 40 Minuten gebaut. Okay, 14,5 für Gold. Ei, 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 ei. Ich stelle mir jetzt an die Lupe ins Magnifying Glass. Können wir uns die Bilder angucken. Wow. Das lernen wir, wie er mich tötet. Das lernen wir, wie er mich im Stich lässt. Und da... Ne. Aber wie symbolisch das hier ist. Es kommen zwei verschiedene Farben. Die können die ganze Zeit nicht zusammen sein. Der eine fliegt nach rechts, die andere nach links hier. Weil die können dann so gescheucht werden, oder wie auch immer. Schon nicht. Das kann ich nicht so ganz deuten. Achso, ne. Die hängen da beide fest. Ich dachte gerade ganz kurz, dass der eine nach dem anderen packt. So, das ist der Schnabel. Das ist ein ganz schön langer Schnabel. Das ist der Flügel. Das stimmt, ja. Also, die sind da irgendwie gecrasht, oder was auch immer. Der Pinke hat es ein bisschen schlimmer als der Gelbe, würde ich mal meinen. Ähm. Ja, keine Ahnung, ob die in verschiedene Richtungen aufgezogen sind, oder so. Weil der eine links in der Fabrik, könnte man sagen, so Richtung Industrie. Und der andere ist in der Natur im Wald. Aber das ist wahrscheinlich zu viel. Und dann wie gebrochenes Herz, aber auch in gebrochenem Baum, wo beide ganz betrübt in verschiedene Richtungen gucken, ne. Das schon. Symbolisch, die ich nicht verstehen kann. Aber versuche zu deuten. Mhm. Ich hab keine Lust nachzudenken. Das war, äh, Misos, äh, Philosophie-Stündchen. Und, ähm. Ja, ne. Das war's. Für immer. So, sind die Challenges? Nur mal gerade nachgucken. Exit to it. Ja. Is that all there is challenge area? Kann da gar nicht durchgehen. Ach, weil, weil du, weil du kämpfst dagegen an. Mhm. Wie die Folge werden. Wo sich bauen. Vielleicht kannst du auch. Ich will mich nur ins challenge area stellen. Ja, gut. Ich kann nicht. Du hast da, hast du da ver... Hä? Hast du da rechts? Okay, du... Hast du. Aha. Oh! Hallo. Optional Advanced Challenges. Motion Sickness. Die hab ich auch immer. Oh Gott. Schwierigkeit 2. Ach so, man kann die nur in der... Oh, ne. HÄ? Nein, wir gehen natürlich raus. Can't you line them? Ne, wir gucken da gar nichts. Exit Level. Keep quit level. Nicht keep playing. Ja, wie heißt denn dit hier? Hm, bis wann ich nicht da bin. Ha! Touch and go. Ja, also... Stimmt, du berührst und du gehst los. Das sind jetzt alles auf Fabriklevel. Gut, die passen sich weltlich natürlich auch immer an das Gebiet an. Hab ich vorher jetzt nicht so drauf geachtet. Wird wahrscheinlich von der Symboliker schon der Fall gewesen sein. Dann kommen wir auch dazu, dass ich das letzte Lesen kann, ohne nochmal reinzuspringen. Ach, Tilted. Ja, so wie ich die ganze Zeit mit Leon. Hm. Ja, wahrscheinlich Wippen. Ja, Hard, Harder, Hardest. Schwer, schwieriger, am schwersten. Oder der... Ach, keine Ahnung. Alter, das ist ja nämlich ein... ein Deutsch-Test in der dritten oder vierten Klasse mit dem... Zusatzfrage. Wagt Bonuspunkte. Steigung von gut. Ja, besser am besten. Aber es gab einige, die Güter am gütesten geschrieben haben. Tja. Ja, ja. Ich hab's... Weil ich mir nicht 100% sicher war, hab ich's lieber nicht ausgefüllt. Ach ja. Na gut. Ach, guck mal. Max hat da eine DM geschickt. Ich geh jetzt extra auf das Handy um die noch im Video vorlesen zu können. Weil wenn ich rausstiße, dann ist er die Aufnahme zerstört. Oh Gott. Er hat Rabarava! Rabarava! Rabariber! Arbeit geschrieben. Na gut, dann ähm... Ja, ne? Leute. Ist vorbei, oder? Wir sind... Wir sind fertig. Ja. Denk ich auch. Na dann? Bis zum nächsten Mal. Schaut sagen, was macht ihr noch? Ja, wer sitzt durch? Echt? Nein, geht raus. Genießt euer Leben. Ja, genau. Das hat Brückgras im Gegensatz zu mir. Dann tschüss. Tschüss. Ciao.